eine kleine in die Waffe rund um an die Krieg immer Angst hier von ihm an die Hälfte in den Weißen noch nicht aber auch noch ein ganz straßen durch und man kann ich euch schießen kann ich so abknallen Regen überlegen wir das ist übel die Unforsiedige sind gerade mag es immer und dann wünscht wenn ich die Linie machen das war ich nicht so und das was sie nicht nur auf den längsten worden ich hätte fast geschossen eröffnet mit den längsten von uns ist eine hier drin in den Trauniermann wenn ich hier im Traublohrein danger die Porta auch egal bis zu dritten um aber das ist ja weiß es nur so gräulich werden müssen zwei Dosen zum Trinken es gibt keine Zombies hier du ja ja das ist halt wenn du die Zombies schnell abmauksen tust dann ist Ruhe halt hier meins ne ja ja auch Irrmanns Born die Neue Oh da könnte ich jemanden richtig schön abknallt auf der Straße Nuno kommt, Nuno kommt Nein, nein, ich höre schon wieder das bin ich Hä? ich bin im eigenen Haus in meinem eigenen Haus das habe ich allein ausgesucht eben, er saugt sein Haus ganz alleine leer aber aber ey, ich will nur essen und trinken oh das wäre doch so geil, weißt du so eine Stadt also wenn jetzt die ganzen Zombies jetzt alle da wären, ne so richtig viele mäßig, ne dass man sich zusammentut alle 36 Spiele und so eine Stadt für sich auch so das heißt jeder hat so ein Häuschen wenn die Zombie-Horben kommen und sowas genau richtig, das heißt so so eben aber ja, warum macht man denn selber das denn nicht warum redet man rum und erschießt und erschießt einfach unschuldige die einfach höflich fragen wir müssen das was jetzt wollen die Chloten das Zeug dabei könnte ich mich nicht schütteln schon komplett also einer fehlt hier Tatjana ne wie ne 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 wo noch nicht ne 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 ich glaube es auch wir mussten wo kommen die ganze Schüsseherde, ne wo der Julian an die Griffe hat der hab ich schon noch eingesehen ne ne da steht hier hoffentlich ist das man hier ne ja ok ne ich bin auf dem Dach ok gehst du da ne ich guck ganz kurz hier mal die Autos ab, ja ne 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 ich habe mein Bier siehste siehst du mal anstoßen Semi ich hab mein Vodka ok es gibt noch was gesundes ein Trashubble geht nicht mehr ne nichts sieht alles ruhig aus Und mal anstoßen, Sammy. Pass auf, für mich auch ein Bier. Nein, nein, nicht runterfallen. Nein, bloß nicht. Tschüss, Leute. Was, du hast auch ein Bier? Ich sag so, hast du auch ein Bier für mich, Sammy? Ach so. Lass mal hier anstoßen. Hier ist noch eine Cola, Tony. Wie ich dich kennen, Sammy, denkst du nur an dich? Ja, von wem hab ich das gelernt? Ja, von mir nicht. Da liegt noch eine Sonne drin, wenn du hast. Du hast eine, oder? Eine rote. Ich wollte vorhin ganz lieb teilen mit dir im Bier. Ja, ja. Wolltest du es ja nicht. Also, ich hab hier eine... Ja. Langsam machen, langsam machen. Ich such dir eigentlich die Gebäude hier. Das ist nicht so, wo wir gestorben sind, wo der schwarze Mann und alle gelöte da. Weil ich nun ganz links außen, nämlich das Gebäude, ne? Ja, das ist nicht so, wo wir gestorben sind, wo wir gestorben sind, wo wir gestorben sind. Alles mal, ach. Ach. 857. Ja, das Ding hier, das ist aber OSA. Ja, die Hotline da oben. Das ist die Hotline. Aber weiß wie geil, ist es, wenn wir noch Tobias und Amy dabei wäre... die Bühne die Bühne gerne für die Bühne und die Mühle ich weiß wie er sind und die Mauer in das Bein und der Anteil dabei ist also geiler die Räder nicht lange leben ja ich will den Papa auch so was zu tun Nürnberg und so na auch die Scheiße und der Wirtschaft sind und nach dem Fächte Rentner gewonnen aber sie zu oftmals dass die geile Ding die geile mehr hier hat auch schon hier die Unschuld muss wo sind ich gehe hoch machen was ich wurde bis hier hat nämlich ich sehe ich sagen wir tun für schon alles und sind komische Laden hier die neue die Eure ist noch ein Problem das ist ein Weg das war hier im Spiel nicht sehen kann wie sie so und wie viele Leute drin sind ja ja nun sie ist auch da war der Weg sie immer so da ist jemand da ist er doch noch ganz gut so wie seiten ja alle, also das, Tanja und... Seid ihr vorne auf der Straße? Okay, ich bin jetzt hier auch. Wo? Die beiden Gebäudegeschäfte haben alle durch, ne? Äh, ich denk's mal. Ich hab die letzten beiden hab ich durchgenommen, die letzten beiden, braucht nicht mehr rein. Dann nehmt mal die hier durch hier. Okay, dann möcht ich das nicht mehr. Brauchen wir, brauchen wir zum... Oh, ich kann das nicht. Okay. Aber Obacht, ne, weil ich nicht weiß. Hier brennt schon wieder ein Auto. Nur am... brennen hier. Brauchen wir Tape zum Bauen, Markus Irwin? Dacht Tape? Ja? Weiß ich, ich weiß halt nicht um was... Wuhu! Weiß nicht um was man mitmachen sollte. Ja, das... Hier ist wieder... Hier ist wieder... Hier ist wieder der Staubsauger. Der vergisst die Dose. Tut mir leid. Ich seh halt nicht alles. Na, ein Glück. Oh, so grün? Oh! Joli? Ja? Magst du alleine da drüben in die Feuerwehr gehen? Vielleicht findest du hier was leckeres, schönes. Äh, jetzt kommt's bumm-tot. Du bist... Ja, wir haben unseren Staubsauger verloren. Du bist so... Okay. Du bist so... Achtung, ich geb dir was. Ja, ich komm, ich seh dich, hab' ja gesagt. Achtung. 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 Patron. Das ist ne ganze Wacht für die musst du halt entladen. Ja, rausnehmen mal, du siehst ja die. Entladen, einfach auf rechtsklick und dann... ...und dann ist deine Patron wieder. Bandage ist immer gut. Rechtsklick immer gut. Achtung nicht. Achtung. Warte. Habe ich dich erschrocken. Okay. Nö, ich hab' die nicht. Ich hab' sogar aufges- die muss in der Waffe drin sein. Wie schaut's aus, tschuldigung, ihr mal hier? Ja, super, nur Essen hier. Lass ihn mal drinnen irgendwie. Ach gut, ich hab auch alles zuerst schon. Ich hab' das schon. Ich weiß nicht. Lass'n machen wir das alles zu 100%. Und kannst die ich's mal mitnehmen? Ähm, warte. Also, wenn du fünf Bandagen hast und du willst noch mehr mitnehmen, lass die anderen liegen einfach. Nimm dir das Essen mit. Ja, fünf Mann. Brauchst du Bandagen, Frau? Hast du eigentlich welche? Ja, ich hab ja sieben Bandagen. Zehn stück ich auch. Sieben? Ja. Dann kannst du noch zwei mitnehmen. Ne, drei. Zehn. Wenn du schon zwei Slots voll hast. Also, ich hab noch fünf, sechs Slots hab ich da frei, ne? Okay, Feuerwehr ist leer. Okay. Bin hier. Wer hat die Mütze auf diese Pudelmütze? Das bin ich. Ich hab doch gesagt, dass hier bin ich. Hier bin ich und wer sag ich, wo ich bin? Auf die Mütze zu wechseln! Die hast du mir gegeben, Malo. Oh, die Fall kommt zum Stuhl. Ich weiß nicht, ob ich jetzt abdrücken soll. Oh, ein Witz. Diese scheiß Zweifel. Das nächste Mal drück ich gleich ab. Jetzt wird's mal tot sein können. Du, Petter! So sieht's wieder richtig aus. Nein, das war doch, wie weiß ich mit dir. Jetzt will ich auch schießen. Oh, mein Herz. So, irgendwann. Kommt noch so wie Douglas. So, dü, dü, dü. Ich tue doch nichts. Ja, Mann, ey. Ach, Mann, ey. Ich wusste nicht, ich ist es denn... Weg, Staubsauger, weg, Staubsauger, weg, 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 Wasser, weg, Wasser, weg, Wasser. Sag doch, Alter, sag doch einfach, wenn du dir was Neues anziehst. Eine Unterhose, egal was, da hast du Angst. Sammy, ich mach mich nackig. Ja, schiesig. Du musst nur essen drin sein. Nur. Ja, eben. Bei Wasserflaschen. Aber. Oh, Alkohol. Mit dem Klo. Da, eine Red Bull schnarchen. Energy, nee. Doch, Red Bull. Das ist aber ganz schön sauberer Boden. Oh, ne Suppe im Klo, ne Suppe. Was, ne Suppe im Klo? Hier ist ein kleines Mini-Auto vom Flughafen. Mhm. Weißen, was drin ist. Äh, ein Seil. Hab ich noch zwei Stück. Und? Brauchst, brauchst du Öl? Äh, ich hab keine zu über 20% drinnen. Da kommt einer, ich hab... Das ist mir nicht. Schon wieder. Ja, nur, also, siehst du mich nicht? Ach nee, siehst du, hier ist Auto, ne? Ach nee. Da war ja gerade. Ja, ob ich erst mal lernen muss, was er möchte ist. Was das? Sprachplatz, Frau, mal auch, kommt in Zimkerzen mit? Ja, eben, der Haus rein. Ja, mach. Ach, okay, komm, suchen. Wo hab ich den Sprit gesehen? Wir brauchen Diesel. Ja, wo war das? Ja, ich hab noch was Barplacks. Hey, Bruno, vier sind vor 8. Ach, geil. Wir passen sogar drauf, glaube ich. Na ja, sind die auch 4 Ziegen. Also, Diesel brauchen wir noch und dann noch... Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt alle mal gemeinsam in die Dings gehen drüben? Was? In? In den Supermarkt. Da ist er doch. In den Supermarkt. Der große Supermarkt hinten dran. Ach, auf der gegenüberliegenden Seite von der... Ja, eben, hier drüben. Ja, gut, das kann man machen. Vielleicht findet man ja da noch irgendwie zusammen alle. Ach, hier links, meinst du? Mhm. Ist das noch der Qualm da drüben, oder was ist das noch? Hier warte ich schon auf den Häusern, hier drüben? Nee, auf. Auf den Häusern, oder in den Häusern? In den ersten Reifen schon mal. Ist gut. Ich kann ja auch nicht mitnehmen. So, jeder isst jetzt hier was. Guck mal, hier sind Dosen. Ich esse jetzt gleich. Ich hab wieder genug Essen dabei, gell? Dogfutter. Hier kann ich nicht mehr tragen. Los, auf geht's. Thunfisch. Alter, hier ist alles voll. Ja, Schlacher. Esst. Sparplatz. Die muss auch Sprit liegen. Räumt alles leer. Jeder, der Platz hat, nimmt Essen mit los. Zweimal Öl, Digga. Äh, war ne Autobatterie drin? Äh, Autobatterie? Was kannst du nicht? Das sind Autobatterie. Ja, zwei Tomaten aus. Das ist ja gut. Trink ich Wasser, so. Gehtl? Kann den nicht mitnehmen. Ich bin zu schwer. Die Autobatterie. Wer nimmt die? Okay. Öl? Öl ist 40% relevant, so mitnehmen. Ja, ich hab zwei Flaschenöl mit. Also die Witze hab ich rausgeschmissen, die Pudelwitze. Okay. Wir sind Nägel. Und so, genau. Ah, Nägel kann sie aufeinanderstellen, übrigens, ne? Ja. Okay. Das sind zweimal Nägel. Hat jemand noch Essen Platz? Hier ist ein Essen, wo ich stehen. Nein, leider nicht. Ja, aber nicht. Ne, man, Tja, dann ist es kommen, wenn du nicht 100%. Sparpplex sind die? Ich hab alles, 100%. Und ich auch fast 97, 93. Hier ist noch eine Batterie. Aber sie brauchen mehr. Aber so habe ich für die Aufwand. Hast du da wohl viele Leute rein? Ja. Ich glaub schon. Wir brauchen. Ich guck mal, ob es da draußen kommt. Ich bin draußen. Ja, ich seh's gerade. Ich geh mal zu den Dingen hin. Sag Bescheid, wenn ich jemanden seh. Ich bin zum Auto, ja. Hm. Also ich bin jetzt wieder bei dem Auto. Übrigens, ähm, leere Munitionsdinger, ne? Wegen fast ein Kilo, ne? Das ist ein Witz. Die Munition selber wiegt gar nichts. Ich hab eine Munitionsding rausgeschmissen, eine Munitionsriegel hier. Hier ist nur Alkohol. Rubin Alkohol. Habe ich, habe ich. Da kannst du eigentlich was craften damit. Sparplugs brauchen wir noch und halt Reifen. Noch mal Sparplugs? Ja, Sparplugs. Das sind doch nicht drin, ne? Okay, hab ich nochmal dabei. Brauch' ich die Leuchtpistole eigentlich? Wer schlägt im Messer? Ich, ich, ich. Ich hab was getestet mit T. Okay. Äh, was meinst du, Julie? Die Leuchtpistole. Hab ich, kann, ich kann, kann ich hier, ich kann dir eine Patrone geben. Nimm mir sie mit. Brauch' ich die? Ja, 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 die hätte ich letztens gerne gebraucht, Markus, weißt du noch? Ja. Die hätte man tierisch in den Arsch schießen können, den ein. Wo bist du? Entschuldigung. Na, Mithani, ist bei dir. Ich komm, ich komm. Mithani, ist bei dir drüben. Die Batterie brauchen wir noch irgendwie dahergeschleppen, ne? Ah, hier hinten raus, andersherr. Vielleicht ein paar Sachen kurz leer machen, in, in, in das Auto stecken und dann die Batterie holen. Er hat doch gesagt, die Batterie in deinem Auto? Nee. Okay, vielleicht passen die drei Reifen. Kriegt, kriegt jemand einen Reifen mit hier? Nee, ne? Warte, beim, wo seid ihr jetzt Supermarkt, oder? Immer im Supermarkt. Ich hab noch ein Ding, die Sparplugs dabei. Warte mal, ich kann's mal probieren, einen Reifen mitzunehmen, aber ich glaub nicht, dass es geht. Wo ist der Reifen? Auf dem Auto vorne. Ah. Nö. 4 Kilo brauch ich noch. Okay, ist auch drin. Batterie ist drin, ne? Ja, Diesel brauchen wir halt noch. Ah, Diesel noch. So, boah, hinten, die Häuser alle abkrasen. Ich geh mal kurz rüber, da wo das Grafit ist.